Oh, jetzt bin ich bescheuert. Irgendwie startet mein Worms auch grad nicht. Erstmal direkt, ich ersuche uns dann jetzt sicher. Hoffe ich. Nicht grad online? Also, bei mir steht schon live, grad. Okay, ja. Diese scheiß Werbung läuft bei mir immer noch. Vielleicht sollte ich auch einfach mal... ... eigentlich... Äh, schwarz Bildschirm. Und... So... Erstmal richtig hinpassen. Dann kann ich nebenbei schon mal Worms starten. Vielleicht funktioniert ja das wenigstens. Und sonst... Boah, ich keine Ahung. Müllopfuhr-Simulator funktioniert sowieso nicht. Der hat... ... für Chunks. ... hat sie gar nicht... ... in dem kannst du nicht mal normal spielen. Der fliert einfach ein, der im Urlaubfuhr-Simulator ist. So, Worms, you... ... ähm, hast du schon mal offen? Ja, bei mir. Es ist... ... aufm Wow, aber verfickt noch. Oh, Entschuldigung. Bei mir relativ leicht sein. Ja. Mein Profisorischer Beistelltisch kracht auch gleich zusammen. Oh Gott, ich kann das ganze Zeug da weglegen. Öhrschluss abgewendet. Ich werde jetzt gucken. Ich überlege, ob ich mein Fenster komplett öffne, damit der ganze... war vom Netz drin. Daran hängt es an. ... Um, entweder du gehst oder auch, dann wahrscheinlich auch. Guck mal, wie kommt man nochmal in das Online-Menü? Ich hab's auf die End-Test, deswegen weiß ich gar nicht mehr. Braum und irgendwas. Das ist jetzt ne gute Frage. Kannst du mit einladen? Ich schaue das Spiel auf und dann gucke ich mal, ob ich die einen schaden kann. Der Spielbeitritt ist ausgegangen. Ach so, ich glaube. Guck mal, wie ist das? Kannst du joinen? Ich muss schon nicht. Ah, okay, ich kann dich einladen. Dann geht auch. Alle einladen, wenn keiner von denen das Spiel hat. Wege von Lobby wird vorbereitet. Nein. Sorry, Imperator. Oh, du bist da. Ich hab so viele Sojos und ich hab ... ... 8. Du hast 8 Bei mir 12 Acht Leute die da spielen oder? Ich weiß nicht, das würde ich nicht Ich habe es zum ersten Mal gesehen Versus Moves Wasser? What the hell? Zerstörung? Wer findet keinen Mitspiel? Wir machen mal Start Das ist bei mir ein bisschen laut Ich muss dich warnen Ich habe jahrelange Rooms Erfahrung Auf 4 Sekunden Aber hier wirklich noch gar nichts Kein Plan Warte mal Warte mal Ich kann ja mal Kommuten Dann könnte ich währenddessen auch mal wieder föhnen Mach ich das einfach kurz Ich glaube mein Bruch Die Maus gar nicht mehr jetzt oder? Nur am Tastatur Ähm ne, ich glaube du brauchst auch raus Also ich habe nur ganz kurz das Tutorial gespielt Welches ich total vergessen habe wieder Ja ich auch Aber Ich wollte das auch Aber Ich wollte das auch Ich wollte das auch Mal schauen welche Ich bin 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 Füca Auch unten Einmal schon rausgeflogen Warte mal einen an Oh, wieder drin Das kommt auch noch gut. So, wieder da. Mal eben gefilmt. Ich bin schon im Spiel, wie es aussieht. Warte auf anderen Spiele. Ja, ja. Gott, wieviel Mannscherl haben wir denn bitte? Ja, ich hab vier. Hast du denn bitte? Acht, ich hab ja keine Ahnung warum aber... Wieso hast du acht Leben? Ja, mal mega unfair. Du kannst doch nicht acht Leben haben. Nee. Wie wählt man noch mal aus? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie, wie wählt man noch mal aus? Ich glaub mit Tab, oder? Ja, du hast mir das Feuer drückt. Das ist irgendwie Feuer. Du kannst ja schon mal... Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja, wie lauf ich? Ich hab ja auch nicht. Wie bringe ich denn... Ah, ok. Ich hab sie auch noch verändert, glaub ich, dazu mal. Oh, keine Ahnung. Oh, keine Ahnung. Oh, scheiße. Wie springt man denn? Haha, ich weiß es nicht. Haha, ich weiß es nicht. Was? Mach es zu haben, das ist ja der nächste Fund Ei... Da müssen wir halt ewigkeiten weg. Oh, man. Will ich klasse mal sagen? Oh, fuck. Okay, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich springe. Äh, dann guck doch bei Steuerung, Bind. Ja, ist das, wie schön, das ist doch das. Also ich, bei mir ist Leertasse. Ich habe sie, aber wie gesagt, gerne mit E-Steuerung. Na, Spro. Was mache ich denn da jetzt? Was ist doch doof. Ich glaube, mein Rums ist eigentlich nicht vorhanden. Der Ratsache? Ja. Ja, eh, schon was hier eben. Ich habe das, wie es jetzt ist, dass du die Toffs reißt. Nein. Oh, hier netten. Perfekt! Perfekt! Ich bin Naturtalent! Also ich kann mir das auch gar nicht machen. Ich kann leider jetzt nicht machen. Ich muss wahrscheinlich nicht machen. Vielleicht denken wir jetzt nochmal neu starten. Vielleicht muss ich wirklich neu starten. Neu starten. Das Spiel zumindest. Achso, ja. Das wäre mal ne gute Option. Leave me alone! Komm schon mal aus. Das war ja auch mal in den Raum. Da irgendwas ist. Ah, ok. Ja. Shift links ist bei mir. So ein Dritter. Okay. Ich hab hier drin. Dann ist aber richtig. Dann lade ich. 1. 2. 2. 3. Du kannst nochmal die Steuerung. Ich komm nochmal die Steuerung. 3. 3. 4. 4. 5. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 1. 2. 1. Lass uns aus. Ahn, bist du da wahrscheinlich das, äh, falschen? Das wollen wir wahrscheinlich hier. Kann ich in den Chat dort? Ah, ein Lalo. Ähm. Botarus, wenn du weißt, wie ich das rausbekomme, dann wär mir Serac geholfen. Keine Blame, wie ich das da rauskriege. Ja, ich guck nochmal in die Einstellung, wie ich das Textfeld da rausbekomme. Das, ja, das hab ich auch. Einfach da auf den Pfeil klicken. Echt, das geht? Äh, rechts der Pfeil. Bei mir zumindest, aber irgendwie toppe ich halt wieder die ganze Zeit auf. Das ist ziemlich nervig jetzt. Hier funktioniert ein Pfeil einfach nicht. Ah, okay, ja, jetzt funktioniert es. Wunderbar. Aua, hofer. Und ich bin wieder auf dem Desktop. Da, muss man. Bist du rausgetappt, oder? Ich muss mal den neuen Grafiktreiber wieder rein. Die Installation. Nicht, wo uns liegt. Ich hoffe, dass du... das ist kein Eckzeitschub. Let's go! ganze Zeit George ist da wo ist George? bestell nicht deine Kollegen ein wenig etwas 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 Das war's für heute. Ah! Warum krieg ich meinen Vorhand? Oh! Oh! Das ist doch... Du hast das sogar... Ops! Nein! Ops! Eichel! Ich würde auch helfen, wenn ich fünf Sekunden im Spiel bleiben könnte. Was ist das? Oh! 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 Huh! Oh! Oh! Noch mehr Loops, nirgends. Nein, nein! Meins! Au! Was hast du gekriegt? Woher ein Flammenwerfer? Ach so. Verdammt. Hm? Ich muss echt so ausführen, was da los ist mit dem PC. So, was habe ich? Gott. Nein, ich komm dann nicht weg. Okay. Warte, was habe ich denn genommen? Oh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen mehr. Ja, komm. Na, hier. Ich glaube, das Schaf ist ganz weg. Und Volle, Volle. Ja, tu es. Ja, tu es. Aber teilweise voll daneben. So, wie ist der Falle? Ja, Moment, 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 Moment. War nicht so richtig. Effektiv. Du bist das. Du bist das. Was ist das. Du bist das. Was haben wir da schön mit? Ich hätte ein bisschen hochziehen sollen. Ich hätte es ein bisschen hochziehen sollen. Du bist das. Nein! Oh Mann! In dein Ernst? Nein! Oh Gott, der geht auf mich selbst! Was macht das Schaaf denn? Mann! Das sind doch bloß Granaten! Oh Mann! Oh Gott! Nein! Ich dachte, dass es explodiert wird, wenn es dich berührt! Selbstausbrüßung! Oh Mann! Ja, das kann ich doch nicht wissen! Auch wenn du Braumst gespielt hast, ja. Schon! Eigentlich habe ich einen Schaaf! So, was war denn das? Molotov Cocktail! Molotov... Wo bist du denn? Wo war der Molotov Cocktail? Ich will es mir nicht mehr vorstellen! Ähm, der Molotov ist die Benzinbombe... ... und diese Flasche da... ... und diese Flasche da... ... und die Flasche da... ... und die Flasche! Wow! ... und die Flasche da... ... und die Flasche! ... und die Flasche! Ich glaube, der Base-Buscht ist nicht so gut. Ich glaube, der Base-Buscht ist nicht so gut. Surprise! Warum kommst du da nicht hoch? Warum kommst du da nicht hoch? Achso, ich laufe auch die ganze Zeit. Nein! Nein, fast ein... Herzlich willkommen. Hahahaha. Wer... Nein, das geht doch nicht. Wieso tötte ich mich denn für mehr als dich? Let's go! Ich hab keine... Boah, ey, das Spiel geht gar nicht! Mann! Ach, das bist du! Ich kann Gott nun wieder nicht wählen. Naja... Du hegst bestimmt einen Plan aus. Ich könnte ja mal ein Schafen kriechen. Das ist ein Fratzen hier. Was ist denn das für ein Name? Mon Chaos hört sich ja gut an, aber Fratzen ist... Hallo! Wieso funktioniert das bei dir? Weil ich auch auslösen... Just you went! Ready! Hä, und was ist auslösen? Ah, äh, leertest du, oh Gott! Gehen wir wieder anfeuern. Ach, wir müssen doch noch mal... ...dieser Bescheid. Woah! Ich bin nicht! Nicht! Aus! Ah! Du musst da auslösen! Lötter, wie! Nein! Lötter, wie! Lötter, wie! Fall doch in das Loch rein! Nicht allein! Oin, oin! Oh, du siehst ja ganz anders aus, wie er zu ist! So richtig! ... ... ... ... ... Oh Mann. Der Engel. Wo ist das also? Just you wait! Ja. Ja. Versuch du mal meinen Knockout auszunocken. Wird nicht so einfach. Oh. Was ist da denn wieder? Was ist das? Was ist das? Bordig! Was ist das? Oh Gott, oh Gott, ich wäre fast in das Loch gerade reingesprungen. Ich dachte mir so, hm, da könnte man sich ja verstecken. Und dann so, oh, scheiße, das ist ja Wasser. Ist das so ein Selbstschuss? Ja! Okay. Ne Taze hat das Game nicht. Schade. Ach komm. Ja. Ich mach mal eine Gruppe geballt. Latsch. Schatten. Noch ein bisschen. Latsch. 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 Was denn? Hey! Was? Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Surprise! Ich bin jetzt ernsthaft verletzt und es ist dann runtergefallen. Ja. Oink oink! Untertitelung. BR 2018